Hallo und willkommen auf meinem Kanal Dill Design. Wir werden uns heute mal mit Schnittmasken und Muster beschäftigen. Was ist eine Schnittmaske? Man kann natürlich auch ein PNG nehmen. Das funktioniert genauso. Und zwar sehen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Text schreiben. Machen wir doch mal hier einen Text hier hinein. Text. Ich werde ihn mal in einer anderen Schrift nehmen. Etwas dicker. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr eine Schnittmaske auf einen Text legt, nehmt einen dicken Text, weil man sieht im Nachhinein die Schnittmaske besser. Wir haben ja in letzter Zeit immer da auch mitgearbeitet, dass man hier zum Beispiel eine Tonwertkorrektur drüberlegen kann, eine Belichtung, eine Farbtonsättigung. Ich lege mal hier eine Farbtonsättigung. Werte das hier mal, dass dieser Pfeil entsteht. Und das bedeutet im Nachhinein, alles was unter dieser Ebene ist, wirkt sich nur auf diese Ebene aus. Also es ist eigentlich eine Schnittmaske, die sich nur auf diese Ebene auswirkt. Und jetzt kann ich hier meinen Text färben, wie ich das gerne haben möchte. Das ist eigentlich eine Schnittmaske, aber in Form einer Korrekturmaske oder einer Anpassungsmaske heißt es hier in diesem Programm. In Photoshop heißt es Korrekturmaske. Ich werde diese Ebene jetzt einmal löschen. Und werde mir jetzt mal ein Bild nehmen. Ich habe hier mal ein Bild von einem Feuer. Das werde ich jetzt hier einmal als Schnittmaske anwenden. Einmal die Taste Alt drücken und hier hinten in die freie Fläche reinklicken. Und schon ist das eine Schnittmaske. Das heißt, dieses Bild hat nur Wirkung auf diesen Text hier. Ihr könnt diese Ebene, wenn euch jetzt zum Beispiel sagt, das Feuer ist aber hier nicht schön, könnt ihr diese Ebene einfach mit STRG und hier auf dieses Feuer draufklicken oder auf das Bild, was ihr reingeladen habt. Und dann könnt ihr das noch hin und her bewegen. Ihr könnt es auch transformieren mit STRG und T. Dann könnt ihr das hier drehen, wenn ihr das Feuer gern auf so haben möchtet und so weiter. Also ihr könnt es wie eine ganz normale Ebene weiterverarbeiten. Ihr könnt auch jetzt auf diese Ebene eine Korrekturmaske drauflegen. Das funktioniert auch. Da wirkt sich diese Korrekturmaske als allererstes auf dieses Bild hier unten drunter aus. Und dieses Bild überträgt sich dann mit dieser Korrekturmaske auf diesen Text oder auf diese Form, je nachdem, was ihr da gemacht habt. So funktionieren Schnittmasken. Ich könnte jetzt theoretisch eine neue Schnittmaske drüberlegen. Was nehmen wir denn jetzt mal? Gehen wir mal hier Steine. Ich habe hier mal ein paar Steine. Oder nehmen wir mal das hier, dieses komische Carbon oder was das sein soll. Das lege ich jetzt hier über meinen Text drüber. Taste Alt und einmal hier hinten draufklicken. Jetzt ist diese Ebene übergeordnet über dem Feuer. Also wird nur diese Ebene angezeigt. Das Feuer könnte ich theoretisch jetzt auch ausschalten. Das hat keine Wirkung mehr. Wenn ich jetzt aber diese Ebene, sage ich mal, auf Multiplizieren stelle, dann wirkt sich diese Ebene inklusive mit dem Feuer zusammen aus. Oder ich gehe auf Farbig abwedeln. Dann ist das hier so. Müsst ihr mal dann durchgucken, was euch da vielleicht am besten gefällt. Das ist dann natürlich immer eine individuelle Sache. Jeden gefällt natürlich etwas anderes. So funktionieren Schnittmasken. Also ihr könnt natürlich auch ein, ja, sage ich mal, ein Text schreiben. Familientreffen. Und dann positioniert ihr euer Familienbild, was ihr da bei dem Familientreffen geschossen habt. Könnt ihr dann auf diesen Text drauflegen. Als Überschrift meinetwegen. Und dann unten drunter einfach die Bilder positionieren. So kann man das natürlich auch machen. So, wir gehen mal einen Schritt weiter. Und zwar werde ich mir jetzt mal ein Muster anlegen. Dazu werde ich wieder mein Feuer nehmen. Das werde ich einmal hier oben als neues Objekt anlegen. Dieses werde ich jetzt als Muster abspeichern. Einmal die Taste STRG und die Taste A wählen, damit alles ausgewählt ist. Danach gehen wir auf Bearbeiten, Neu festlegen und Muster. Dann können wir STRG und D die Auswahl wieder aufheben. Und wir können das schließen. Ich werde diese beiden Ebenen einmal hier oben ausblenden. Man kann sie jetzt auch löschen meinetwegen. Und jetzt werde ich einmal den Text einen Doppelklick hinten drauf machen, damit wir in den Ebenenstil reinkommen. Mal ein bisschen weiter, dass man das hier sieht. Und ich gehe jetzt einmal auf Musterüberlagerung. Da kommt hier dieses gelbe Teil zum Vorschein. Und wenn ihr auf dieses gelbe Teil einfach mal draufklickt, dann seht ihr, dann gehen einige Sachen auf. Und hier ist unser Feuer. Ich hatte das vorher schon mal ausprobiert und ausgetestet. Da ist euer Bild, euer Muster, was ihr gerade gespeichert habt, einfach drin. Ich klicke das einmal mal an. Dann wird dieser Text einfach mit diesem Muster übergeblendet. Wenn ich jetzt das skalieren würde, dann werdet ihr gleich sehen, dieses Bild ist zigmal hier drin. Mit diesem Skalieren kann man dieses Bild praktisch zigmal hier auf diesen Text einblenden lassen, wenn man das möchte. Also hier kann man das groß oder klein machen. Dieses Muster, dieses Bild, was ich jetzt als Muster abgespeichert habe, wird dann nachhinein zigmal hier drin gelagert. Mit dieser X-Taste kann ich das nach rechts und nach links verschieben. Und mit dem Y nach oben und nach unten. Hier kann ich das Feuer jetzt drehen, wenn ich das vielleicht in eine andere Richtung haben will. Das macht natürlich jetzt nicht viel Sinn, wenn ihr eine Person als Muster abgespeichert habt. Es sei denn, es ist dann so gewollt, die dann vielleicht auf dem Kopf in dem Text zu sehen oder so. Das macht natürlich dann nicht viel Sinn. Und hier oben könnt ihr natürlich dann diese Deckkraft hoch und drunter setzen. Hier könnt ihr auch den Modus umstellen und ihr müsst schauen, was hier für euch dann in Frage kommt. Aber im Normalfall immer als normal. Und hier, wenn ihr die an Ebene ausrichten, dann wird das nur an dieser Textebene ausgerichtet und an nichts anderem. Das war im Endeffekt eigentlich ein Muster speichern, wenn ich jetzt mal zum Beispiel eine abgeflachte Kante hinzunehme. Ich nehme mir mal hier, sage ich mal 1000%, werde mir hier mal sowas um die 10, 12, ich nehme den globalen Winkel raus. Ich möchte mein Licht wieder von links oben haben und werde mir hier mal eine andere Textur nehmen. Und dann könnt ihr sehen, was da hier passiert. Klicke einfach auf OK und schon habt ihr einen Text richtig geil präsentiert. Auf weißem Untergrund ist dieser Text jetzt natürlich ein bisschen doof. Deswegen, ich werde den Untergrund mal schwarz machen. Und da seht ihr, da hat der Text auch eine ganz andere Wirkung. Inklusive dieser, inklusive dieser, diesen Muster, den ich gemacht habe. Und ihr könnt natürlich praktisch hier auch mit dieser abgeflachten Kante etwas spielen. Ja, mit diesen Weichzeichnern, das seht ihr, da wird gleich etwas passieren, dass da außerhalb sich die Form ein klein wenig ändert. Einfach mal mit den Reglern etwas spielen und schon entstehen hier neue Sachen. Oder mal Hartmeißeln eingeben. Also das sind schon Sachen, die man da machen kann. Die sind wirklich interessant, wenn ihr so etwas natürlich vorhabt. Das funktioniert dann genauso. In Photoshop funktioniert das exakt eins zu eins genauso. Nur, dass diese Vorgänge und diese Abspeicherei etwas einfacher ist. Um dieses Muster, das ihr hier erstellt habt, da gehen wir nochmal rein in die Palette. Muster. Ihr habt ja das jetzt ausgewählt. Das werden wir jetzt neu festlegen. Einmal neu festlegen. Das Stil wurde hinzugefügt. Wenn ihr auf den Fall draufklickt, dann seht ihr das, dass dieses hinzugefügt wurde. Und jetzt werden wir das Exportieren als ASL-Datei. Da einmal draufklicken. Dann geht ein Fensterchen auf, wo wir es speichern wollen. Sei denn, ihr habt dieses Fenster nicht aktiviert. Dann geht das automatisch in einen Ordner, der hier in dem Programm vorgegeben ist. Ich habe mir zum Beispiel einen Ordner angelegt mit ASL-Dateien. Diese ASL-Datei soll den Begriff Feuer haben. Einmal speichern. Damit ist das gespeichert. Denn wenn ihr das nicht als ASL-Datei speichert und ihr schließt euer Programm, beziehungsweise wenn ihr das in der Browser-Version nutzt, ihr macht den Browser zu fördernden Rechner runter und am nächsten Tag möchtet ihr weiterarbeiten, ist dieses Muster dann einfach weg. Und dann könnt ihr, ich werde das mal simulieren, einmal löschen. Da gehe ich mal hier drauf, das ist einfacher. Hier einmal löschen. Nochmal löschen. Okay, funktioniert heute nicht. Okay. Jedenfalls ist das hier weg. Auf alle Fälle. Machen wir das mal hier drüber löschen. Ja, da funktioniert das. Super. Löschen. Jetzt wäre mein Feuer hier drinnen weg. Das heißt, es ist zwar jetzt noch aktiviert, aber wenn ich hier jetzt draufklicken würde, könnte ich mein Feuer nicht mehr zurückholen. Das heißt, ich klicke hier auf diesen Pfeil drauf, gehe auf diesen anderen Pfeil hier drauf, ASL laden. Dann suche ich mir mein ASL-Datei Feuer, klicke da einmal drauf, gehe auf öffnen und wurde hinzugefügt. Und wenn ich da jetzt hier wieder reinklicke, dann sehen wir, dass jetzt zweimal dieses hinzugefügt wurde. Also so funktioniert ein Muster speichern. Also wenn ihr das Programm geschlossen habt, müsst ihr dieses Muster wieder neu laden. Das ist dann weg. Und ihr könnt das natürlich auch kombinieren, dass ihr hier diese Dateien miteinander kombiniert. Das funktioniert natürlich auch. Das war's und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Winke, winke, euer Frank.